hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von ls 22 natt verschmarsch vierfach projekt eine wunderschöne freie damit umscheicht in der letzten folge haben wir da gekalkt das hat es eben gesehen wenn der es nochmal annimmt und jetzt fahren wir zurück und schauen wir was wir noch so zu machen haben wir die klappen jetzt wenn wir die paletten durchschlichten oder durchstriegeln ok so 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 schau mal ich kriege nicht mehr was so 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 Wenn wir mal die Paletten hinstellen und ob die Silan schon fett ist. No, ist gut. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.